Hallo zusammen, kann es wirklich sein, dass wenn ich an einem Crowdloan teilgenommen habe und danach unter ein Dot in meinem Wallet habe, dass dann mein Wallet komplett gelöscht wird und alle meine Crowdloan-Beiträge verloren sind? Und das ist das Gerücht, das aktuell im Polkadot-Space unterwegs ist. Und ich melde mich jetzt hier mit einem Video, um das Ganze mal aufzuklären. Ich bekomme zum Beispiel unter meinen Videos auch jetzt heute vermehrt Kommentare, ungefähr wie dieses hier, wie dieser hier. Stimmt das, wenn 0 Dot auf meiner Polkadot-JS-Wallet übrig bleibt? Ich habe aber gerade an Crowdloans teilgenommen, dass ich die Ausschüttung der Coins nicht bekomme. Falls ja, kann ich noch einen Dot aufladen, dass ich nicht ausgelassen werde. Und ich habe hier den Namen und das Profilbild weggemacht, weil dieser Kommentar hier aus meinem YouTube, also aus dieser Kommentar verschwunden ist. Entweder derjenige, der den gemacht hat, hat den gelöscht oder es war YouTube. Und dazu muss man auch nochmal was ganz Wichtiges sagen. Wenn ihr Kommentare schreibt hier, dann achtet darauf, dass ihr nicht sowas hier macht. Polka.js, also Polka.js, das sieht für YouTube aus wie ein Link, den ihr postet. Und wenn ihr einen Link postet, dann wird YouTube euren Kommentar löschen, weil das für YouTube aussieht, als sei das irgendwie so eine Art Spam oder was weiß ich. Also und ich nehme an, dass dieser Kommentar hier verschwunden ist, aber um ganz sicher zu gehen, mache ich den Namen weg. Weil derjenige, wenn der jetzt seinen Kommentar zurückziehen wollte, dann möchte ich natürlich das jetzt hier nicht irgendwie mit seinem Namen groß posten. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall diesen Kommentar hier ausgewählt, weil der sehr prägnant ist, sehr gut ist. Also herzlichen Dank dafür. Schade, dass wenn du ihn gelöscht hast, schade das. Schade drum, lasst bitte, wenn ihr irgendwie eure Kommentare lieber zurücknehmen wollt, lasst die doch bitte drin und schreibt einfach drunter, hat sich erledigt oder kommentiert das ein bisschen. Weil dann helft ihr anderen. Es gibt keine doofen Fragen. Es ist wirklich jede einzelne Frage hilft anderen irgendwie. Und deshalb lasst eure Kommentare bitte in dem, in drin, löscht nichts. Das wäre jedenfalls mein Wunsch. Und nur so kann ich auch darauf eingehen. Ja, so also das jetzt mal vorweg gesagt. So, jetzt die Frage. Also ich habe noch ähnliche Sachen hier, zum Beispiel dieser hier. Besten Dank für dein Video. Wie du erwähnt hast, braucht man mindestens ein Dot auf dem Polka.js Wallet. Nun, ich hatte dies nicht gewusst oder war zu unaufmerksam. Habe soeben gelesen, dass das Invest verbrannt wurde und auch ein Aufladen des Wallets von mehr als einem Dot bringen, die 100 Dots nicht zurück. Ist ein teures Leergeld. Und auch hier habe ich den Namen entfernt. Der Kommentar ist auch verschwunden. Ob das jetzt daran liegt, dass hier wieder Polka.js drinsteht oder ob das einfach ist, weil derjenige, der das gepostet hat, beschlossen hat, vielleicht nicht öffentlich zu erklären, dass er irgendwo 100 Dots investiert hat. Was ich nämlich auch echt empfehle, wenn ihr Kommentare schreibt, geht vielleicht nicht so ganz offen mit euren Beiträgen um. Vor allem, wenn euer echter Name da steht. Weil ich meine, man weiß ja nie, wer das Ganze liest. Also jedenfalls auch da herzlichen Dank für diesen Kommentar. Ich hoffe wirklich, dass du nicht beschlossen hast, den Kommentar zu löschen, weil dir irgendwie die Frage blöd erschien oder so. Ja, also wie klären wir das Ganze auf? Ich war selber ziemlich entsetzt darüber, als ich das gelesen habe, vor allem in meinen Videokommentaren, weil ich plötzlich natürlich einen Schreck bekommen habe und gedacht habe, dieses Thema habe ich total übersehen. Und jetzt gehen die Leute alle rein und verlieren dann ihre Einlagen. Und natürlich habe ich mich dann sofort in Bewegung gesetzt, um das Ganze zu klären. Also es ist definitiv so, ihr braucht keine Sorgen zu haben, denn es gibt das Thema mit dem Existential Deposit. Und das besagt eigentlich nur, dass bei Polkadot ist eigentlich schon ärgerlich genug, aber nicht so schlimm, wenn in eurem Wallet nur noch unter ein Dot ist, also zum Beispiel 0,5 oder so. Dann wird die Restmenge, also die 0,5 Dot, die werden gelöscht, die verschwinden. Das ist einfach dazu da, dass man keine Lust hat, auf Polkadot sogenannte Dust-Wallets zu haben. Das sind also Wallets, die nur so kleine staubförmige Beträge haben und damit dann eben die Blockchain voll machen, insbesondere weil es ja auch eine Art Denial-of-Service-Angriff geben könnte, eine Spam-Attacke oder so, wo jemand dann aus einem Dot 100 Millionen kleine Einzel-Dots macht. Vor allem, wenn die Transaktionsgebühren niedrig sind, dann hat man ganz viele Accounts, die man auf der Blockchain verwalten muss. Deshalb also gibt es wirklich eine Mindesteinlage von einem Dot in Polkadot. Und bei Kusama ist es 0,0000333 und so weiter. Hier steht es. Und übrigens Link in der Videobeschreibung, wenn ihr selber nachlesen wollt. Es gibt also eine Mindesteinlage quasi, wenn eure Wallet-Balance auf einen Dot, also unter einen Dot fällt, dann verschwindet. Eure verschwindet der Betrag. Aber das heißt nicht, dass wenn ihr in einen Crowdloan investiert habt, dass dann eure Einlage verschwunden ist, also mitgelöscht wird. Sondern es steht ja hier, wenn ihr, und das ist das, was für die Verwirrung sorgt, wenn ihr in einen Crowdloan einzahlt, dann sollt ihr bitte darauf achten, dass kein Rest in dem Wallet bleibt, der dann gelöscht wird, weil das ja schade, um die 0,5 Dot oder so wären, die noch drinbleiben. Also entweder ihr sorgt dafür, dass noch mehr als ein Dot in eurem Wallet drin ist, wenn ihr fertig seid mit den Einlagen, oder ihr schiebt einfach die ganze Balance rüber, dann ist euer Account leer. Das ist aber nicht schlimm, weil sobald ihr einen ganzen Dot in euer Account bekommt, indem ihr zum Beispiel selber es da hinschickt oder indem zum Beispiel nach Ablauf der zwei Jahre eure Dots zurückgegeben werden, in beiden Fällen ist das Konto wieder da. Und hier unter diesem ersten Link sind wir dann in den Crowdloan FAQs und in der letzte Punkt des FAQs hier unten, das ist also Can I contribute with all my Dot KSM Balance? Also kann ich wirklich alles in einen Crowdloan reinstecken? Und die Antwort ist ganz klar, ja, das geht. Aber wenn man das macht und weniger als das Existential Deposit im Wallet hat, dann verliert man also quasi den Restbetrag. Und hier ist auch ein Beispiel und ist zum Beispiel das Beispiel, dass also 10,5 Dot, wenn ich mit 10,5 Dot, wenn ich die habe und ich habe 10 Dot übrig, ich schiebe 10 Dot in den Crowdloan rein, dann bleiben ja nur noch 0,5 Dot übrig und die werden dann gelöscht. Und das heißt aber trotzdem auch, dass wenn dann irgendwann die Einlage wieder zurückkommt nach zwei Jahren, dann hat man ja wieder mehr als ein Dot im Wallet, denn man hat ja mindestens 5 Dot investiert und dann bekommt man also seine ganzen Dots wieder zurück. Und dasselbe gilt meiner Meinung nach und dazu habe ich definitiv wirklich nichts gefunden. Ich habe hier gerade noch mal was von Rewards gesehen, aber es stimmt nicht. Also ich habe dazu wirklich noch nichts gefunden. Was ist eigentlich, wenn mein Wallet leer ist in dem Moment, wo ich die Rewards bekommen soll? Und da würde ich einfach sagen, Leute, geht einfach auf Nummer sicher, packt einen Dot auf euer Wallet drauf, lasst immer einen Dot auf eurem Wallet, also 1,1 Dot, um ganz sicher zu sein, weil wenn ihr Gasgebühren bezahlt, also Transaktionsgebühren bezahlt und ihr fallt unter einen Dot, dann wird ja, dann passiert das ja auch. Und deshalb, also immer einen Dot im Wallet lassen, dann kann nichts passieren. Auch mit den Rewards später und es ist ja noch Zeit, weil die Reward-Transaktionen, die fangen ja alle an am 18.12. frühestens oder 17.12. je nach Zeitzone und macht bis dahin einfach einen Dot auf euer Wallet. So, um das Ganze jetzt mal auszuprobieren, habe ich, ich werde das jetzt einfach machen, also mir ist das jetzt egal, ich mache jetzt einfach mal einen Crowdloom-Beitrag, das sind 5 Dot, wenn das Ganze schief geht, dann habe ich Pech gehabt. Aber natürlich mache ich das nicht mit meinem Hauptaccount, mit dem ich die ganze Einlage mache, sondern ich habe mir ein zweites Account hier, ED Testwallet, ED steht für Existential Deposit, das ist zurzeit leer und jetzt schiebe ich mal einfach, sagen wir mal 5,5 Dot rüber und dann habe ich das jetzt mal auf das Account hier, ED Testwallet, also das Existential Deposit Testwallet, ich schiebe das hier rüber. So, und da sind die 5,5 Dot in dem Testwallet angekommen und jetzt gehe ich mal hier in die Crowdloans und suche mir mal einfach irgendeinen aus. Ja, was nehmen wir denn da, was nehmen wir denn da, wo wollten wir denn eh investieren oder, ja. Komm, wir nehmen einfach mal hier Subgame Gamma, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist, ne. Ich werde da jetzt einfach mal investieren und zwar mache ich hier jetzt Contribute 5 Dot da rein, aber nicht vom Main Account, sondern vom ED Testwallet. Da müssten ja dann nur noch 0,5 übrig sein, mal sehen, was passiert, wenn ich das mache. ED Testwallet, so scheint alles richtig zu sein und dann weg damit. So, ich unterschreibe die ganze Transaktion. Die Transaktion ist jetzt durchgegangen und dann schauen wir doch mal unter Accounts, was passiert ist. Balances werden gar nicht angezeigt, das ist natürlich auch nicht so besonders. Doch, da ist es ja tatsächlich 0 Dot. Also die 0,5 Dot sind verschwunden. Und wenn ich, das ist natürlich blöd, ne. Also es war jetzt ein halber Dot und ein halber Dot ist, glaube ich, 20 Dollar inzwischen oder 25 Dollar, je nachdem, wo wir gerade stehen. Ich habe die Kurse heute nicht mehr so richtig viel geguckt, weil es ja so schön runterging. und dann gucke ich meistens erst mal ein, zwei Tage nicht mehr so intensiv auf die Kurse. Dann gehen wir mal unter Network Parachains. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ist unsere Contribution denn noch da? Also Account wurde gereapt. Wie gesagt von Polkadot, 0,5 Dot sind weg. Das Account ist leer. Ist unsere Contribution jetzt noch vorhanden? Und siehe da, hier wird zwar noch geladen, aber die Contribution ist wirklich noch da. Ah, hier ist die Existential Deposit Test Wallet. 5 Dot ist immer noch vorhanden. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das hier Bestand hat, weil erstens, es deckt sich mit der Dokumentation, mit dem Support oder ein FAQ bei Polkadot selber. Und zweitens, es wird hier noch angezeigt, wenn das Ganze jetzt in den nächsten Stunden hier verschwinden sollte, weil irgendwie irgendwas nicht rechtzeitig hier, was weiß ich, dass das nicht aktualisiert wurde oder so, dann würde ich mich auf jeden Fall nochmal in so einem Emergency Broadcast oder so etwas Ähnliches melden. Aber glaube ich nicht. Also es sieht ganz gut aus. Existential Deposit Wallet ist leer, aber unser Crowdloan ist noch da. Und genau das, was ich eben gesagt habe, das mache ich jetzt auch. Nämlich ich schicke nochmal einen 1,1 Dot rüber auf das ED-Test Wallet, damit einfach ich auf Nummer sicher gehe. Und was es übrigens hier gibt, und das ist auch eine wichtige Sache, das ist dieses Keep Life Checks. Das ist eigentlich der Knopf, der verhindert, dass man quasi die ganze Balance oder unter dieses Existential Deposit kommt. Also wenn ich das hier wegmache, nur dann habe ich die Möglichkeit, bei einem Transfer mehr als zu transferieren, als ich kann, ohne meine Rest-Summe hier in meinem Wallet zu verlieren. Das ist also im Prinzip hier diese Sicherheit. Und die gibt es, wenn man beim Crowdloan mitmacht, nicht in der Transaktion. Und das ist der Grund, warum das da in den Effekt U steht. Man würde sich vielleicht wünschen, dass so etwas deutlicher gesagt wird. Auf der anderen Seite, wenn es so ist, wie da steht, dann kann ja eigentlich nicht viel passieren. Also jetzt schicke ich die 1,1 Dot raus. So und es ist angekommen. 1,1 Dot wieder in dem Wallet. Ach, weil es so schön war, gehen wir nochmal auf Parachains. Crowdloan. Und da ist auch meine Contribution. Also alles in Ordnung. Ich mache mir hier keine Sorgen. Lasst euch nicht verwirren. Ich bin sicher, dass das gut geht. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen beruhigen, wenn ihr auch diese Sorge hattet. Und wünsche jetzt weiterhin viel Erfolg bei den Parachain Auctions, die, wie man hier sieht, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig losgegangen sind. Es ist ja der 11.11., aber es ist wohl noch nicht so weit. Es geht erst später am Tag los. Also viel Spaß, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.